Schlag kommt rechts. Jetzt stehen wir beide rechts vorne. Die Schlaghand fülle ich runter. Hier bleibe ich noch. Dann mache ich zu. Dann soll ich schon noch vorbeikommen. Jetzt hat er Spaß gehabt. Jetzt steht er schon im Ungleichgewicht. Und wenn ich jetzt weiterziehe, fällt er hin. Aber ich nutze diese Phase und schlüpfe drunter durch. Ich mache mich ganz klein. Und jetzt? Groß und Füße zusammen. Dadurch fällt er.